Ja, momentan ist die Lage etwas angespannt. Das spiegelt sich natürlich auch auf der Haut nieder. Auch auf den Händen ist es durch das momentane Desinfizieren sehr stark belastet und man sollte diese sehr gut pflegen, zum Beispiel mit der Handcreme von DMS. Die stärkt die Hautbarriere sehr, sehr gut, was momentan sehr wichtig ist. Jedes Produkt kann man problemlos online oder per Telefon bei uns bestellen und wird dann zu Ihnen nach Hause geliefert. Für die Beratung können Sie sich auch gerne melden bei uns, telefonisch oder per E-Mail sind wir von Montag bis Freitag erreichbar und ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Bis bald und alles Liebe. 10 min μέハ 1 1 1 1